W-Wieso hab ich ihm bloß sowas gesagt? Ich weiß bereits, dass du deine Erinnerung verloren hast. Also spiel mir bloß nichts vor. Ich kann auch kämpfen. Ich kann dir jederzeit zur Seite stehen. Hä? Du bist die Schockerin. Was hast du hier draußen zu suchen? D-Das geht dich gar nichts an! Halt das, was ich immer mache! Ähm... Okay... Und, äh, bei dir? Hast du dich vollständig erholt? Mehr oder weniger. Ach, stimmt ja. Du hast mein Geheimnis herausgefunden, oder? Ich wäre dir dankbar, wenn die Sache zwischen uns bleiben würde. K-Klar. Ach ja, und was diesen Automaten hier betrifft. Ich finde, du könntest ruhig ein wenig diskreter mit deinen Kicks sein. Äh, wieso bist du heute so ruhig? W-Was passiert denn hier mit mir? Wieso kocht mein Herz so sehr, wenn ich nur an ihn denke? Äh, hey! Äh, hey! Äh, hey! Hal ich mich so an! ARD Text im Auftrag von Funk